So, dann brauche ich als erstes mal die Personenbeschreibung, ja? Ja. Also, er ist klein, weiß. Wie klein? Na, so ungefähr. Na ja, so circa 20 Zentimeter und aus Plüsch. Plüsch, ja. Aus. Sagen Sie, sind Sie Komiker oder was? Ja. Also, wenn Sie jetzt aufstehen und mein Büro verlassen, will ich mein Auge zudrücken. Wenn Sie mich weiter behelligen, dann verliere ich meinen Humor und zeige Sie an wegen Vortäuschung einer Straftat, klar? Aber es geht hier um Entführung, Sie Kretin. Ich verlange, dass Sie sofort etwas unternehmen. Raus, habe ich gesagt. Und bei Kretin tue ich so, als würde ich das Wort nicht kennen. Gut, dann werde ich eben noch deutlicher, Sie impertinenter Amtsschimme. Was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie es hier zu tun haben? Ich bin der berühmte Falkenhorst, die Hornochse. Und wenn Sie jetzt nicht sofort Ihre Arbeit machen, dann werde ich mich persönlich darum kümmern, dass Sie morgen keine Arbeit mehr haben werden. Nein, nein. Nein, nein nein. Nein, nein nein.-